voll genial das sind wie im wasserdampf bestimmt ne geht nicht mehr wir können kein weinem hund haben schnell wieder wind springen lassen ja 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 ne komm kleiner mann ja da bewegt es auch der große hast wieder eine mücke auf der nase achtung warte ja ich wollte ich will die mücke weg muss nicht schnauzi schnauzi ich muss den stall unbedingt aufmachen ne du sollst nicht die anderen nehmen du sollst die einen nehmen ich gebe doch gar nicht so ein gierlappen ach der sauhund der ist mit einem ball abgedampft der weiß dass der die nicht haben darf schnauzi komm 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 spuckt den ball aus du weißt dass du den nicht haben darfst da lässt er doch die lieber zittern doch fallen lassen wo habe ich jetzt die offene tüte komm 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 komm